8,3 Milliarden Tonnen entspricht dem Gewicht von einer Milliarde Elefanten. Dies ist die Menge an Plastik, die seit den 1950er Jahren auf der Erde produziert wurde und davon wurden ausschließlich 9% recycelt. Es ist noch nicht zu Ende. Kunststoffe, die aus Post-Consumer-Produkten gewonnen werden, sparen 90% Energie und das Vierfache an CO2-Emissionen im Vergleich zu neuwertigem Kunststoff. Der Nachhaltigkeitsprozess beginnt, wo Müllverschwendung endet. Während der Verarbeitung des WEEE, Waste Electrical and Electronic Equipment, zu einem sortenreinen Granulat, wird das Material nochmals von Metall-, Glas- und Keramikrückständen getrennt. Unser Sortiment an recycelten Kugelschreibern besteht zu 100% aus Post-Consumer-Produkten, was eine hohe Qualität der Kunststoffe garantiert. Zertifiziert und nach der ROHS-Richtlinie sowie konform zu den REACH-Richtlinien. Recycling ist der Anfang.